so alle leuchten die youtube userinnen und user hier ist wieder auch hunde kanal mit der sita und zwar mit einem neuen kommando das soll heißen menschen oder beck nennt es wie es wollt es soll dann am ende so aussehen die da beck so ist super sitz so soll das ganze aussehen viele sagen wir zu menschen ich sage beck weil ich einfach menschen das ist zu lang um es dem hund beizubringen deswegen nehme ich meistens so einselbische wörter okidoki jetzt natürlich die frage wie bringe ich den hund das bei und dem hund das ganze beizubringen ist es ganz praktisch wenn der hund schon pfote kann und andere pfote denn wenn man es beides dann kombiniert indem man sagt pfote und andere pfote so dann hat man das menschen sozusagen schon mal indem man jetzt sagt super back ja sitz sitz das wiederholt man dann so oft andere pfote naja sieht er kann das jetzt schon deswegen macht es so langsam und man schiebt den hund immer ein stückchen weiter hinter bis er irgendwann selber sitzt sozusagen so ist super back irgendwann versteht das der hund dann was man von einem will ja dann macht er das ganze auch man könnte es dann noch kombinieren indem man sich die man die hände nur in einer hand nimmt so so dann muss der hund schon etwas selber mit der anderen hand super back dann versteht der hund das was man will und irgendwann kann man das handzeichen ich mache das ganze so back 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 super wie gesagt versucht es eurem hund beizubringen indem ihr erst pfote beibringt und natürlich das belohnungsvideo euch mal anschaut beide links sind wie immer unten in der beschreibung also man lässt sich die eine pfote geben sieht der pfote dann die andere pfote hat man beide in der hand in dem moment wo er so sitzt super back sagt man das wort und belohnt das ganze das super ist natürlich dazu da um das ganze zu strecken die leckerligabe und der die belohnung sozusagen dass die belohnte dann ist super und das leckerli kommt dann anschließend das könnt ihr aber alles in dem belohnungsvideo nochmal euch anschauen link ist unten in der beschreibung versucht es mal ihr könnt auch mal in die kommentare schreiben ob es bei euch geklappt hat oder nicht das nächste video wird ein informationsvideo sein und zwar welche jetzt alle jedes dritte video wird so ein informationsvideo sein zu einem bestimmten thema lasst euch überraschen welches thema sein wird ein youtuber wird es wissen von euch denn der hat mich darauf angesprochen und auch viele fragen gestellt worauf ich dann gesagt habe ja ich mache das thema okidoki ich wünsche euch jetzt noch einen schönen tag bei mir ist gerade sehr sonnig das soll es aber auch gewesen sein die die und tschau